Wie ist der Name, Saftsack? Blau. Wer hat das gesagt? Blau. Wer zum Teufel warnt? Du hast dich sowas von verraten jetzt, aber ohne Scheiß, Blau. Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobby-Arsch-Ficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Oh mein Gott, so weit ist es schon gekommen. Sind Sie Schwanzlutscher? Nein. Oder ein Pfeifenraucher? Nein. Oh mein Gott. Jetzt wissen wir doch, wer das ist, Blau. Der Name klingt richtig adelig. Sind Sie adelig? Kacke. Nein, das ist er nicht. Naja, kann ich mit leben. Sensationell. Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker? Ja, hm. Mal schön Beiflach halten. Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Ich gebe Ihnen drei Sekunden. Genau drei geschissene Sekunden. Dieses bescheuerte Grinsen in Ihrem Gesicht abzustellen. Wieso? Ich stelle verdammt nochmal die Fragen hier. Nägel sind trocken. Ich nehme an, ich habe mich da gerade verhört. Das heißt, habe nicht ganz doll lieb. Bullshit. Ich wette, Sie saugen glatt ein Dolphball durch den Gartenschloss. Sensationell. Sie merke ich mir vor. Wir setzen mir die Hälfte ins Gesicht und die andere Hälfte ins Mauer, ja. Ist das vielleicht ein Versuch, mich zu beleidigen? Juhu. Upsch. Nee, 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 nee. Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals. Heiliger Jesus im Himmel. Mensch, Maia, mit wem habe ich es hier zu tun? Wie ist Ihr Name, Saftsack? Tridu-Fotze, Tridu-Idiot. Gefällt Ihnen der Name? Äh, äh. Was ist das denn für ein Arschloch? Wollten Sie mich gerade ein Arschloch nennen? Hab ich noch nicht gehört, komisch. Ich befundere Sie aufrichtig. Sie gefallen mir.